Zivilisten in Uniform. Deutsche Reservisten kämpfen um den Meistertitel. Sie laufen, schießen, kämpfen. Reservisten müssen ihre körperliche Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Sie müssen einsatzbereit sein und ihre Kenntnisse ständig erweitern. Hier können die Ingenieure, Bäcker und Maler zeigen, was in ihnen steckt, bei der Deutschen Reservistenmeisterschaft. Für viele Reservisten fängt das Dilemma hier an, auf der Schießbahn. Wer kann während seines täglichen Berufes schon schießen gehen, um treffsicher zu bleiben? Ein Hauptmann aus Thüringen gibt sein Bestes. Blöder Plan. Den 60-Kilo-Sack muss er in den zweiten Schießdurchgang mitnehmen. Ziehen ist besser als tragen. Über die rote Linie, komplett rüber. Komplett rüber. Nee, ganz rüber. Ganz rüber ziehen. Und Feuerkraft sehr schnell aufnehmen. Er ist durchtrainiert, raucht nicht und doch ist der Leiter einer Klinik schon ganz schön außer Atem. Das Zielen wird schwer. Hier gehen die Pappkameraden nicht mehr so schnell zu Boden. Doch als Einzelwettkämpfer möchte der Hauptmann nicht umsonst zur Deutschen Reservistenmeisterschaft gekommen sein. Er will es den Mitstreitern ordentlich zeigen. Schließlich ist es für alle Teilnehmer Ehrensache. So, wie ist der Durchgang für Sie gelaufen? Oh, eigentlich gut. War ein schwerer Sack, aber das Trefferergebnis war okay. Was ist rausgekommen? 14, also etwas über die Hälfte. Ich übe nicht sonderlich oft Schießen, deswegen bin ich damit ganz gut gegangen. Und was möchten Sie innerhalb des ganzen Wettkampfes erreichen? Gewinnen wäre eine schöne Sache. Deswegen fährt man ja zu einem Wettkampf. Ein paar hundert Meter weiter machen sich die Mannschaftswettkämpfer bereit. Es sind Gruppen zu fünf Teilnehmern. Insgesamt 38 sind zur Meisterschaft gekommen. Bei den Mannschaften werden die Befehlsausgabe, die Teamarbeit und die Treffsicherheit bewertet. Die Szenarien sollen realitätsnah sein, wie etwa bei einem Auslandseinsatz. Statt eines Einzelschießens müssen sie ein Gefecht durchstehen. Und das beginnt hier mit einem Feuerüberfall. Nun ist der Mannschaftsführer gefragt, mit einem geleiteten Feuerkampf. Achtung! Schütze 1 und 2! Schütze 3, aber kein Feindfeuer frei! Schütze 4, aber kein Feindfeuer frei! Bekämpfen müssen sie feindliche Soldaten und bewaffnete zivile Angreifer. Doch es gibt auch Geiseln, schwer zu erkennen und natürlich nicht zu erschießen. Hier geht es neben dem Kämpfen um die Rules of Engagement, die einzuhaltenden Regeln bei einem Auslandseinsatz. Gruppe übernehmen und dann zum Anfang führen, dann wird sie übernommen. Fragen? Keine Fragen, Gruppe übernehmen, zum Anfang führen. Ausführung! Melle Gruppe 20 ab, in der links oben, in Schützenreihe, zum Gebäudemarsch. Das Tagesprogramm ist erledigt. Der Tag hat heute aber 24 Stunden. Jetzt kommt der Nachtmarsch für die Einzel- und die Mannschaftswettkämpfer. 10 Kilometer seien in 90 Minuten zu schaffen, so die Vorgabe. Dazwischen muss die Laufkarte an bestimmten Pflichtstationen abgezeichnet werden. Damit keiner schummeln kann, werden die Taschen vor Marschbeginn kontrolliert. Das Besteck ist da auch gleich dabei. Dann Karte, Meldetasch, Kompass noch und die Taschenlampe haben wir da in der Hand. Gut, alles klar. Okay, Sie sind dann fertig? Ich bin mal gespannt. Die Aufgabe ist ja so gestellt, dass 12 Pflichtpunkte anzulaufen sind. Es gibt dann 4 Bonuspunkte, die jeweils nochmal 10 Punkte bringen. Und dann ist man natürlich gespannt, wie die Laufstrecke aussieht, wie da die Bonuspunkte verteilt sind und wie das Ganze dann zu bewältigen ist. Eine Taschenlampe und einen Kompass dürfen sie dafür als Hilfsmittel benutzen. Und sie müssen nicht die ganze Ausrüstung mitschleppen. Wenn es unter normalen Umständen ist, läuft mal die 10 Kilometer irgendwas bei 40 Minuten. Aber werden wir nicht machen. Wir brauchen die Orientierung dabei. Dunkelheit, ich denke mal, dass die 90 Minuten für die angegebene Strecke schon ganz gut knapp sein wird. Der Hauptfeldwebel wird recht behalten. Ehrgeizig starten die Teilnehmer in die Nacht. Wir können sie nicht begleiten. Unser Kameralicht würde die Wettkämpfer stören. Wir warten auf sie im Ziel. Die Reservisten sind abgekämpft. Kaum einer dabei, dem nicht der Schweiß über den Körper rinnt. Doch die meisten sind zufrieden. Sie haben den Nachtlauf geschafft. Diese Mannschaft aus Rheinland-Pfalz hat sogar ein gutes Ergebnis. Ihr Fazit? Eine Minute hinter der Zeit, aber trotzdem gute Zeit, weil es sehr schneidig gewählt war, der Zeitansatz. Von daher wird sich zeigen, an welchem Platz wir sind. So mancher muss im Dunkeln gesucht und motiviert werden, damit er nicht schon vor dem Ziel zusammenbricht. Bei diesem Lauf muss man ein bisschen pokern. Diese Zusatzpunkte kann man anlaufen, aber wenn man mit der Zeit überschreitet, gibt es Minuspunkte. Deswegen habe ich mich entschlossen, diese Punkte nicht anzulaufen. Aber es hätte sich noch rentiert. Ich hätte vielleicht vier Minuten länger gebraucht. Das hätte acht Strafpunkte gegeben. Aber trotzdem hätte ich 20 Punkte mehr. Hätte ich zwölf Punkte plus gemacht. So habe ich diese 20 Punkte nicht. Ja, so ist das eben. Reicht es jetzt nicht mehr für den ersten Platz? Es gibt bestimmt welche, die sind besser. Es war sehr anstrengend und sehr selektiv. Also nicht so wie in den Vorjahren, dass jeder, aber auch wirklich jeder in der Zeit ins Ziel kommt. Also das war schon wirklich fordernd. Ich bin gespannt. Ich bin sicher, die Hälfte wird es nicht schaffen in der Zeit. Aber schauen wir mal. Ein 51-jähriger Hauptfeldwebel hat es bei den Einzelwettkämpfern ins Ziel geschafft. Ihm geht es nicht um den Sieg, sondern um das Mitmachen. Die Kondition hat er aus seinem Berufsalltag. Ich bin selbstständig, mal und verputze. Normal keine Zeit dafür, aber was will man machen? Das mache ich jetzt schon seit 81. Da sind wir schon regelmäßig auf Wettkämpfe. Ich denke immer noch zwei Jahre und dann hat man, denke ich, erreicht, was man erreichen wollte. Und dann reicht es auch immer, denke ich. Am nächsten Tag heißt es für die Wettkämpfer schon am frühen Morgen Fahrzeug- und Personenkontrolle. Haben Sie irgendwelche Waffen dabei? Nein, Siegen dabei. Nein, Sieger. Okay, alles klar. Dann würde ich Sie bitten, steigen Sie bitte aus dem Fahrzeug aus. Die Hände so, dass ich sie sehen kann. Und öffnen Sie bitte alle Schließfächer. Die Soldaten werden fündig. Eine Pistole ist im Wagen versteckt. Der Fahrer wird festgenommen. Auf den Boden! Richard! Obwohl der Fahrer bei der Frage nach der Waffe gelogen hat, dürfen ihn die Soldaten nicht zu grob anfassen. Auch bei Festnahmen müssen sie sich an strenge Richtlinien halten. Es ist eine Situation, die Reservisten auf einen möglichen Auslandseinsatz einstimmen soll. 20 Minuten haben sie maximal Zeit, um den Auftrag hier zu erfüllen. Nein, nein, nein. Hier wird die Person weiter kontrolliert? Da war die Person. So, komm her, bitte. Die will ich hier kontrollieren weiter, ja? Mit einem Spiegel wird das Fahrzeug auf weitere Verstecke überprüft. Die Gruppe macht kaum Fehler und punktet. Die Leistung wird anerkannt vom stellvertretenden Generalinspektor der Bundeswehr. Was ich hier jetzt gesehen habe, was die freiwilligen Unbeorderten angeht, da muss ich sagen, bin ich also wirklich sehr beeindruckt, dass die also im Grunde genommen außerhalb der aktiven Truppe in ihren eigenen Bereichen sich auf einen Leistungsstand gebracht haben, der wirklich vergleichbar ist, auch mit aktiver Truppe. Das ist sehenswert. Um 7.30 Uhr hat eine Gruppe aus Mecklenburg-Vorpommern bereits zwei Prüfungen hinter sich. Bei der Station Checkpoint, Fahrzeugkontrolle, man hat fast 100 Punkte, also mit 96 Punkten ein sehr gutes Ergebnis. Und die Station Mienkunde ist auch gut gelaufen. Also von daher ein gutes Gefühl. Jetzt geht es auf die Hindernisbahn, die sportlichste Herausforderung des Wettkampfes. Durch den Sandkasten kriechen. Alles andere als Kindheitserinnerungen. Dann ein tiefes Betonloch und anschließend nicht im Reifen stecken bleiben. Die Bahn hat es in sich. Welten nicht durch. Beim Einsteigen aufpassen, dass du mit dem Fuß nicht hängen bleibst irgendwo. Bloß nicht nach unten sehen, gehen wie auf rohen Eiern. Im Affenzahn die Wände hoch und einmal im Leben Tunnelratte sein. Die Gruppe aus Mecklenburg-Vorpommern schlägt sich allerdings gut. So mancher liegt nach den schweißtreibenden Strapazen am Boden. Jede Mannschaft muss hier auch ihr schwächstes Glied durchbringen, denn nur als ganzes Team kommt man in die Wertung. Atem beruhigen. So, Zeit, sieben Minuten. Ich denke, doch, wir machen uns gut. Bis jetzt fast die beste Zeit gelaufen hier. Doch, war gut. Hat Spaß gemacht, war was ganz Neues. Kannten wir so noch nicht mit den Hindernissen. Ist ja auf jeden Fall gelohnt. Hilfe! Brandlöschen und Verletzte bergen, die Aufgabe an dieser Station. Sicherung. Führer, eine verletzte Person. Geh du in die Richtung. Der T ist in Bewegung. Die Gruppe ruft Sanitätskräfte zur Hilfe. Bis zu ihrem Eintreffen muss sie selbst handeln. Der geborgene Verletzte schlägt unsanft auf der Treppe auf. Abzüge in der B-Note. Jetzt heißt es Erstversorgung leisten. Das läuft schon besser. Eigentlich wollen wir hier die Mannschaft aus Mecklenburg-Vorpommern weiter beobachten. Doch sie kommt nicht. Zeitnehmer, Achtung, los! Fehlanzeige auch an der Station Seilsteg. Die Reservisten aus Mecklenburg-Vorpommern bleiben verschwunden. Stattdessen zeigt uns eine andere Gruppe, dass sie fit ist für den Wettkampf. Und schon wieder laufen. Beeilung. Ein Mann steht in Flammen. Hier ist offenbar ein schwerer Unfall passiert. Löschmaßnahmen ergreifen. Die eintreffende Mannschaft teilt sich auf. Die anderen bergen die Personen aus dem Fahrzeug. Brandwunden versorgen. Unfall melden. Hilfskräfte anfordern. Hier muss alles schnell gehen. Sammeln zur Siegerehrung. Und hier treffen wir alte Bekannte aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind sieben Kilometer zu weit gelaufen. Wir haben trotzdem noch alle Stationen geschafft. Es war sehr anstrengend, dadurch, dass es weg aufging. Aber gut, so ist es manchmal. Sport ist jetzt zum nächsten Wettkampf an. Ja, natürlich. Wir haben ja gesehen, welche Fehler wir gemacht haben. Und das war nichts Gravierendes. Also nichts, wo man sagen kann, unbedingt noch mal ganz doll üben, sondern einfach nur ein paar Kleinigkeiten abstellen. Und wie ich die Stationen gesehen habe, jetzt zum Beispiel die mit der Sanitätsversorgung, wo die Leute gebrannt haben. Das war schon wirklich stressig, aber machbar. Allerdings so leider nicht zu gewinnen. Bei der Siegerehrung treffen wir viele bekannte Gesichter wieder, einige von ihnen sogar auf dem Treppchen. Alle zwei Jahre findet die Deutsche Reservistenmeisterschaft statt. Die Teilnahme ist für viele eine Ehrensache, aber auch Gewinnen. Diese Gruppe aus Rheinland-Pfalz ist stolzer Sieger im Mannschaftswettbewerb und zugleich erfolgreicher Titelverteidiger. Und dabei auch gar nicht unbescheiden, denn beim nächsten Mal will sie wieder ganz vorne mitmischen. Ob die anderen das zulassen, wird sich zeigen. Aber ich habe die olive encore schöpfeiert. Vielen Dank.